Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallgeist, zusammen mit Tom Bay und Maudado. Hallöchen. Leute, es gibt eine brandneue Season und wir spielen jetzt hier direkt die neuen Maps als Trupp. Wenn ihr... Oh, jetzt bin ich erstmal auf Ton gegangen. Wartet, es startet. Maudado bereit? Maudado bereit. Maudado bereit. Warte, warte. Okay. Oh mein Gott, Maudado. Maudado. Maudado hat den Rang 100 erreicht. Leute, es gibt eine brandneue Season und wir haben absolut keine Ahnung, was für Minigames uns jetzt hier erwarten. Abgesehen von denen, die wir schon bei Tom Bay gespielt haben, es war eine wirklich saftige Runde. Wir haben, ich will nicht spoilern, aber wir haben performt. Ja, das war... Du besonders. Also, ja, nee, wir waren alle gut. Wir haben, weißt du, hier am Anfang hier da ein bisschen gecarried, dann da. Ja, es war einfach geil. Es war... Es war schon... Das Teamwork einfach insane. Auf jeden Fall. Kosmische Autobahn. Kosmische Autobahn. Wow. Bring jetzt zwischen Weltraum... Ja, mach mal. Ja, nee, nee. Du kannst es dir gut vollziehen. Bring jetzt zwischen Weltraumspuren hin und her und er renne bis zum Ziel. Durchrennen. Let's go. Okay. Einfach durchrennen. Finde ich gut. Ist auch nur eine Map, die wir bei dir zum Beispiel nicht gesehen haben. Ja, doch nicht. Die Autobahnen halt. Aber ich weiß noch, damals bei den alten Fall Guys Seasons, wo es nicht so eine Playlist dafür gab, wir haben einfach zehn Folge aufgenommen und keine neue Map gesehen. Ja, aber manchmal ein bisschen ätzend. Aber jetzt ist alles anders. Jetzt haben wir Hatsune Miku im Team. Oh, guck mal, wir haben hier so eine geile Dose. I am Hatsune Miku. Was? Was auch immer. Was auch immer. Oh, nee, ich hänge hier fest. Oh, manche sind da so Laufbänder von den Platten. Oh, ja, da. Oh, Alter. Ich kann hier nicht weiter. Oh Gott, da hab ich geboxt. Okay, sonst wäre ich hier weiter runtergefallen. Okay. Einfach rüber, einfach rüber. Au. Jo, ich wurde richtig kaputt geschlagen. Alter, das war ja... Da, Alter. Jetzt hör doch auf zu schlagen. So, okay. Okay, ich bin wieder da. Okay, okay. Nein, 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 nein. Warte, warte, ich nehm das Bounce Pad. Das Bounce Pad. Zack. Nein, nein, oh mein, nein. Und nochmal das Bounce Pad. Wuhu. Zack, Alter. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin auch da. Bist du schon im Ziel? Nee, ich bin hinter euch, glaube ich. Ah, krass. Ja, ich bin da an einer Stelle richtig doof runtergefallen. Ja, das passiert, wenn man das nämlich so treffert. Oh mein Gott. Oh, was? Eines Tages werde ich kann unten sein. Da wollte ich... Okay, Leute, ich bin... Ich schaff's nicht an diesen... Bin im Ziel. An diesen Fortänen vorbei. Endlich so gut wie Paluten. Da wollte ich einen auf dicke Hose machen. Und dann... Ja, zack. Und rein hier. Zack. Okay, Drop Position 4. So, du bist im Spotlight. Ja, immer mit der Drehung mit rein. Nicht gegen. Weißt du, Backseat Gaming? Nein, nein. Das erinnert mich ein bisschen an Sailor Moon von den Haaren. Ah, jetzt ist weg. So diese beiden Knödel. Hat das ein Vorbild, der Skin? Nee, hat's nicht. Das haben die... Das haben die erfunden. Oh, da hat er aufzutraut. Was denn? Mann, jetzt werde ich hier meine... Nee, wer... Okay. Wer ist das? Hatsune Miku kennst du bestimmt. Irgendwelche Lieder von. Das ist so... Ich glaube, eine KI irgendwie, die Lieder singt und in Japan voll beliebt ist. Also, es ist keine KI, es ist so eine synthetische Voice-Software, die man selbst zusammen... Die ist doch eine KI. Nein, aber die macht das ja nicht selbst. Also, es ist einfach eine Software. Achso, mit der kannst du... Und jeder kann damit einen Song machen? Ja. Ja, aber es gibt irgendwie so ein paar Lieder, die voll bekannt sind. Das ist halt quasi eine synthetische Stimme. Und die kann man halt selbst... Ist so ein bisschen wie ein digitales Instrument. Ja, aber die ist irgendwie als Persönlichkeit auch bekannt, deswegen. Ja, genau. Die hat halt so ein... Also, quasi so ein Aussehen bekommen. So ein Skin von den Herstellern von dieser Software. Und der ist beliebt. Und der wird dann nochmal verbaut. So beliebt, dass man da reinpällt. Ja. Okay, ich muss mal ganz kurz ein anderes Spiel, was ich aus Versehen noch geöffnet habe, so ausgemacht. Okay. Das ist cool. Ne, man hat ja kurz die Musik von dem Game gehört. Die Welt von... Oh, noch sieben Sekunden hat... ...Wahrkraft. Hat unser... Wo ist denn unser... Haben wir noch einen Kollegen? Ich weiß nicht, gehört er zu uns? Das Krokodil? Ich hoffe nicht. Ne, der andere, egal. Sehr gut. Und der Team ist wieder in Tränen. 98 Punkte. Spielst du Rust of the Lich King? Das... Darüber möchte ich jetzt nicht reden. Okay. Ich werde sicherlich mal reinschauen. Ist das schon draußen oder kommt das erst noch? Nein, nein, nein. 27 oder 26. Ah ja, okay. Also da gibt's dann. So, als nächstes folgt... Noch ein neues Spiel. Pixelmaler. Pixelmaler. Berührt die Bodenfelder, damit sie leuchten und bildet das Muster auf dem Schirm. Oh Gott, oh Gott. Wenn da einer reintrollt. Aber ist das ein Teamspiel? Ja, ja. Müsste ja ein Team... Wettrennen steht da, aber ist ein Teamspiel wahrscheinlich, ja. Oh Gott. Okay, ja, wir haben unsere eigene Platte. Ich hoffe, unser Random kann gut mit dem Team arbeiten. Ja. Ja, das glaube ich. Und ich hoffe, Paluten auch. Ich werde dir einfach nur gefrontet. Der eine verarscht mich mit diesem Skin. Möde, nöde. Wir haben es halt schon dreimal gesagt. Ja, ihr habt ihm irgendeinen Namen gegeben, aber das heißt ja nicht... Was ist denn das? Nee, hier, eine... Im Mund. Ja, der eine macht... Ich mach das aus, ich mach alles aus, so. Achso. Ja, der macht das. Der trollt rein. Du musst hüpfen, Paluten. Paluten, du trolst. Ja, ja. Warte, die hier aus. Fertig. Ah, ja, sehr gut. Jetzt ist das nächste bestimmt, oder? Jetzt ein Pfeil. Okay, ein Schiff. Okay, ich mach den Rand wieder aus, direkt. Ja. Oh. Zack, zack, zack. Den noch. Ja, wir müssen den... Da, die unteren beiden noch aus. Ja. Unten rechts muss ein bisschen weggemacht werden. Hör mal mich um die linke Hälfte. Ja. Aber dieser... Er will auch. Paluten macht das unten rechts weg, das eine fällt. Ja, was denn? Nein, nicht das. Mach aus. Hier und hier rechts neben dir. Rechts, okay. Oh mein Gott. Ja, passt. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Warte, oh, die anderen sind schon... Aber ja, die sind noch bei dem... Oh Gott, manche sind schon echt weit. Okay, warte, ich mach... Bleib einfach unten, Paluten, komm. Ja, 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 ja. Ja, wir machen das. Paluten machen das einfach. Guck. Ja, die Ecke. Perfekt. Paluten, du guckst einfach zu und sagst, ob wir richtig machen. Ja, ja, warte. Nee, ich mach hier. Und dann geh ich hier hin. Äh, hier. Äh, so, ja, warte. Äh? Ja? Und links? Okay, ich mach. Äh. Was ist falsch? Der rechts. Zwei. Der hier. Ah. Sehr gut. Okay, noch eins müssen wir malen. Okay, ich geh nach oben. Sehr gut. Ich lauf da durch einfach. Genau, genau, lauf einfach da durch. Ich halte die Dose fest. Ich halte die Dose fest. Ich mach das, was ich am besten kann. Ich halte die Dose fest. Bleib hier. Nein. Und da. Er hat. Der da noch. Hä? Oh, oh. Warum macht ihr den Augen? Nee, der hat den einen ausgemacht. Ich hab doch richtig gemalt. Nee, hier war irgendwas falsch. Der da muss noch an und der da muss an. Und der da oben muss weg. Genau. Oh mein Gott. Ja, ja, warte. Da genau, der, der noch. Der hier muss aus. Ja. Und der da muss an. Und der da muss da. Und dann noch der eine daneben. Genau, der. Nee. Ja, fertig. Okay. Er ist irgendwie auf fünf Platten gelandet. Fertig qualifiziert. Also ich glaub, in Zukunft ist es echt einfacher, wenn man aber eine Person da drauf schickt oder so. Ja, irgendwie schon. Ja, oder irgendwie zwei. Eine macht die obere, die andere nicht unterhalb. Wir sind aber so smart und machen in unserem Kopf so zwei Striche über diesem Map, dass es so in vier Felder aufgeteilt ist und jeder macht eine Ecke. Oh ja, das ist, aber wir sind nur zu dritt. Ja, wir hatten da ein Random. Der konnte halt nicht mitmachen. Ja, der ist doof. Es ist aber schon spaßig, den anderen dabei zuzugucken, wie sie richtig verkacken. Das ist, glaub ich, ich mein, mit alles Randoms, das ist ja richtig, also. Ich bin fünfmal mal noch echt viel. Also no front an die Entwickler, aber das ist schon ein Game Mode, der, glaub ich, schnell wieder rausfliegen wird. Obwohl, das sind jetzt alles Trupps, ne? Ja. Ach so. Ja, klar. Also Premade. Oh, guck mal, das ist ein Cuphead. Ja, Premades, oder wenn man sich halt in eine Truppshow anmeldet, spielt man mit Randoms. Ach so, ja, okay, das ist natürlich... Also wenn man in einer Truppe spielt, ist es machbar, das Spiel, ja. Ja, stimmt, der mit uns dabei ist, der ist irgendwie allein in die Truppshow-Queue reingedangen. Wir werden die neuen Maps sehen, ne? Was soll er sonst machen? Oh ja. Die Hyperantrip-Helden-Dingen. Da waren wir so gut in meiner Folge. Das stimmt. Wir haben das so performt. Maudado ist halt leider so vorangefassend geflogen, aber... Ja, Maudado, bitte zusammenreißen. Zusammenreißen, bitte. Also... Nicht wieder an der ersten Stange rausfallen. Nee, nicht wieder... Ich weiß ja, dass ich jetzt nicht hetzen muss, weil die Weltraumreise ist echt lang. Das stimmt. Qualifikation bringt Punkte, ja. Aber das war auch unfassbar lange, ne? Ja. Oh Gott, Alter, was macht denn eine da? Ja, okay, das war unser Team. Oh Gott, oh, jetzt bin ich schon hier hin. Ich bin schon hier hin. Es kommen mir bekannt vor Faluten. Nimm die Seine wieder auf. Nimm die Seine wieder auf. Oh Gott, das muss runtergehen. Okay. Nicht gegen irgendeine dumme Stange. Genau, 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 genau. Alles gut. Alles gut. Ja, 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 easy, easy, easy. Oh mein Gott, das ist grüßig. Und wieder noch einmal. Oh. Ja, schön, da du ich jetzt. Ja, ja, da warte ich, da warte ich hier. Ich glaube, die Rechte. Und dann hier. Dann warte ich auch hier, das da, ja, ja. Und jetzt einmal durchsprechend. Boah, du bist ein Verrückter. Oh Gott. Und jetzt durchlaufen. Hüpfen ist, glaube ich, praktisch, aber man wird nicht geschont beim Hüpfen. Oh ja, das ist gut. Das ist sehr intelligent. Ja, gerne, gerne. Du bist unfassbar schlau. Ich beeile mich, damit ich warten kann auf die Platte am Ende. Ah ja, ich warte auch auf die Platte. Wofür beeile ich mich? Das stimmt, das stimmt. Ja, genau jetzt hier. Hallo. Hopp. Hopp. Und wieder da. Sehr gut. Sehr. Oh, hi. Na? Alter, was machst du denn für cool? So, jetzt willst du das nicht fährlich so stelle irgendwie, weil alle sich festgehalten haben. Ich gehe einfach weiter dahinter. Lass die sich gegenseitig töten. Ah, das ist... Ich stehe doch ganz hier hinten. Komm her. Komm her. Wenn du sicher sagst. Ja, okay. Oh, tschüss. Tschüss. Ja, da sind vier Leute gerade rausgeflogen. Ich habe mal den einen. Einer ist ein Alien. Ja, aber wir sind eh beide. Wenn einer von euch in den ersten vier Plätzen ist, dann haben wir es geschafft. Ich riechst lang. Okay. Nicht alles wegmachen? Nee, ich riechst extra da. Okay. Ich lasse auch da. Ich gehe nur um den Radiant. Okay. Ich gehe dann hier längs. Oh Gott, wer ist das denn? Ich habe Hilfe. Okay, die Plattform ist schon da. Ja, ja, ich bin auch da. Ich auch, ich auch, ich auch. Boin, Leute. Oh, was ist das denn? Hallo, lass mich doch da hoch springen. Bounce, 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 ich konnte nicht. Ja, alles gut. Das ist Zeit, Zeit. Einer muss nur Platz vier werden. Ja, ja, easy. Die Plattform kommt bestimmt gleich. Aber kommen die denn links, oder? Ach so, mit der Mitte. Ah ja, genau. So, ich gehe, Achtung, die Bahn kann man sich gegenseitig klauen. Das ist ein bisschen schwer. Ja, ja. Ich sehe es, ich sehe es. Du, du, du. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe ein bisschen geklaut, damit einer runterfällt. 20 Punkte, 20 Punkte. 19 Punkte. Danke, Leute. Ich habe extra noch ein Meer runterfallen lassen. Das war, das war aufregend. Also, ich hatte so zwei Momente, wo ich einfach dachte, ach komm. Das ist einfach exakt wie in meiner Folge gelaufen. Ja. Letzte Runde. Außerirdische Kacheln. Lies, lies. Ach so, die Kacheln verschwinden kurzzeitig. Wenn du draufstehst, bleibe in Bewegung, überlebe am längsten, um die Kronen zu gewinnen. Ach, die kommen wieder. Es ist einfach so wie es blieb. Ihr, ihr. Ja. Der beste Spiel so lief. Boast blieb. Warum, warum haben wir nicht verschiedene Farben? Boa, ist der Silbergrot? Ich weiß es nicht. Hier ist ein Ball, hier ist eine Bombe. Oh, eine Bombe. Okay, die nehme ich mir. Oh Gott, ich verstehe das nicht. Okay, die Bombe. Oh, da ist einer runtergefallen. Ich, hallo. Ich hatte die Bombe. Der Kamerl will mit der Bombe nicht hochgeworfen werden. Zwei von uns sind schon raus. Aber ich versuche eine Bombe zu kriegen. Rechts von dem Mauer da doch. Ja, oder die, ja. Jetzt? Da, darüber. Wirf sie. Oh Gott. Oh, das war der eine von mir. Das sprengt die Felder nämlich auch weg. Oh Gott, da ist der bei mir. So kann man wirklich große Löcher in die Meppen machen. Ich muss aber nur so ein bisschen präsentieren, wo die hinlaufen werden. Das ist mir alles zu gefährlich hier. Macht ihr das ruhig mit den Bomben? Boah. Da hat einer versucht, mich abzuschießen. Das wird die Bombe zum Sieg. Oh, oh, oh. Nicht zu mir. Ja, ich hab's mir auch gedacht. Ich wollte den abwerfen, aber ging nicht mehr. Festhalten ist, glaub ich, gefährlich. Bist du noch da? Ja, ja. Ja, bist du noch da? Auch Zombeng? Ich war der erste draußen. Ich weiß nicht, hab ich mit der Bombe direkt weggesprengt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, da ist jetzt ein Alien. Das sind drei Leute, die müssen noch rausfallen. Okay. Achtung, verloren? Ja. Also ihr seid zu viel auf der Map gerade. Ich meine, wenn wir einen rauskriegen, kann ich hier einen festhalten, um mit dem sterben. Oh mein Gott, das wird knapp. Oh, da geht der, was ist das denn jetzt hier? Die Teller verschwenden jetzt langsam, ja. Das ist gerade noch mal ein Weißfeld. Ich hab dir aufgetaucht irgendwie noch da, aber... Ja, 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 nach links. Oh, ich bin aus Paluten, du hast du das looten? Lass dir Zeit. Ja, ja. Ich hab keine Zeit mehr. Nein, nein, bitte nicht. Oh, so knapp, so knapp. Leute, das war's mit der ersten Folge von Fallgeist. Boah, neue Season. Schaut unbedingt bei Zommer vorbei, wenn ihr noch eine richtig, richtig geile Runde sehen wollt, die vielleicht erfolgreicher war. Man weiß es nicht. Leute, schaut unbedingt vorbei. Schaut auch bei Maudano vorbei. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut unbedingt vorbei. Und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr Bock habt auf mehr. Haut rein. Tschüss.